So, heute habe ich mal einen Interviewgast für dich und zwar arbeite ich seit einiger Zeit mit Nurdan zusammen und Nurdan hat einfach in kurzer Zeit sensationelle Erfolge erzielt und da möchte ich dich daran teilhaben lassen, wie es ihr jetzt geht und was wir gemacht haben und schau einfach rein und freue mich über deine Kommentare. Wenn das was für dich ist, schreib mir einfach eine Nachricht. Bis bald und danke dir fürs Reinschauen jetzt schon mal. Okay Nurdan, schön, dass du da bist und meinen Zuschauern, Zuhörern hier ein bisschen Hilfe geben möchtest, dass vielleicht auch andere Frauen in deiner Situation Hilfe bekommen. Was waren denn deine Probleme, die du früher hattest? Meine Probleme waren Depressionen, Panikattacken, Schlafstörungen, Angstzustände, also sehr vieles. Und da waren alle Heilpraktiker, Ärzte und keiner wussten weiter. Sensationell. Wie lange hattest du die Probleme? Über ein Jahr jetzt. Okay, sehr, sehr lang. Was hast du alles ausprobiert? Du hast gerade gesagt, Heilpraktiker, Ärzte warst du schon, hast du schon noch irgendwas ausprobiert? Ich sollte Vitamine auffüllen und das war nicht richtig für mich. Also ich habe Vitamine aufgefüllt, da habe ich mich noch schlechter gefüllt. Ich weiß nicht, ob das wegen der Dosis war. Und dann war ich beim Arzt, die meinten, dass ich Depressionen habe, Depression-Tabletten. Wollte ich aber nicht. Es hat gehissen, Schilddrüse, alles okay, ich muss halt selber klarkommen damit. Unglaubbar. Warum bist du dann zu mir gekommen und wie hast du mich gefunden? Bei Vitamin-D-Gruppe habe ich dich gesehen und dann habe ich geschaut, da steht Schilddrüse, Hormoncoach. Dann dachte ich mir, was? Also ich wollte alles versuchen, weil ich konnte auch nicht alleine zu Hause bleiben, weil ich hatte so starke Angststörungen. Und dafür wollte ich alles machen, damit ich wieder normal werde. Erklär doch mal kurz den Zuschauern oder Zuhörern, was wir beide gemeinsam gemacht haben, dass es dir jetzt anders geht. Genau. Wir haben erst mit Ernährungsumstellung angefangen und dann haben wir Darmsanierung gemacht und jetzt sind wir bei Mikrostoffernährung auffüllen. Also bei der Ernährungsumstellung habe ich schon innerhalb von zwei Wochen gemerkt, dass ich weniger innere Unruhe habe. Das war total komisch, innerhalb von zwei Wochen. Und dann habe ich gemerkt, da passiert was. Jetzt bin ich mittlerweile so, ich konnte normalerweise nicht alleine zu Hause bleiben. Jetzt kann ich mit meinen Kindern auch raus auf den Spielplatz. Ich kann auch alleine zu Hause bleiben. Sehr cool. Lebensqualität pur. Genau. Wie lange hat es dann insgesamt gedauert, bis es dir wirklich gut ging? Drei Monate jetzt, oder? Drei Monate nur. Okay. Genau. Ja, und ich kämpfe seit über einem Jahr damit. Sehr sensation. Über ein Jahr Schwierigkeiten. Ärzte konnten nicht weiterhelfen. Jetzt haben wir drei Monate in der Zusammenarbeit. Jeden Tag habe ich geweint. Jeden Tag hatte ich Depressionen. Jeden Tag. Ich kann es nicht erklären. Also ich will nicht mal daran nachdenken. So schlimm war das. Sehr cool. Sehr cool. Ja, dann vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ich hoffe, das hilft auch der einen oder anderen, die da in ähnlicher Situation ist. Und wenn Fragen sind, einfach auf mich zukommen. Und danke dir für deine Zeit für die Beantwortung der Fragen.